So, einen wunderschönen guten Abend, das letzte Mal zum PCS Easter Break 2016. Heute Teil 4 mit Full Force, FLEAR Showcase 1415 und SP Authentic 1415. Und ganz zum Schluss dann noch die Verlosung von 10 Karten, die nicht in den Packs erhältlich sind. Hier schon mal kurz um was geht. Es geht um eine Priority Signings 2013 Austin Watson. Eine Priority Signing 2008, Brad Beuys. Dann hatten wir gleich viermal eine Leaf Promocard, Jack Eichel. Dann hatten wir eine Team Colors von der National Convention in Chicago. Alex Ovechkin, eine Father's Day Promo Steven Stamkos und zweimal eine Beckett Promo Conor McDavid. Das also die Cards, die dann zum Schluss noch verlost werden, unter allen Spots. Zuerst geht es aber jetzt los mit Full Force und wir starten gleich den Randomizer. Here we go. Wir haben die User. Einmal. Zweimal. Und das dritte Mal. Here we go. Wir starten Full Force. Eins PCS. Zwei Rooster. Drei Rolli. Vier PCS. Fünf Jochen. Sechs Martino 18. Siebender NHL Collector. Dann haben wir auf acht Mimo 9. Auf neun Reto. Zehn PCS. Elf PCS. Zwölf Andu. Dreizehn DMAC. Vierzehn Doctorero. Fünfzehn haben wir Schenz Eleven. Auf sechzehn Woodstock. Auf siebzehn Wolfi. Auf achtzehn Minnesotaguzzi. Dann auf neunzehn PCS. Und auf zwanzig Minnesotaguzzi. Einundzwanzig Reto. Zweiundzwanzig Rolli. Dreiundzwanzig Wolfi. Vierundzwanzig Jochen. Fünfundzwanzig SV Elversberg. Sechundzwanzig PCS. Siebundzwanzig Rooster. Achtundzwanzig Doktorero. Neunundzwanzig Woodstock. Und dreißig Sina. Wir kommen zu den Teams. Einmal. Zweimal. Zweimal. Hier we go. Wir starten auf eins. PCS Montreal. Rooster auf zwei mit den Islanders. Rolli auf drei Vancouver. Vier PCS Nashville. Fünf Jochen L.A. Sechs Martino San Jose. Sieben NHL Collector Arizona. Acht Mimo Neun Edmonton. Neun Reto St. Louis. Zehn PCS Dallas. Elf PCS Ottawa. Zwölf Andrew Winnipeg. Dreizehn D-Mac Toronto. Vierzehn Doktorero Carolina. Fünfzehn Shands Eleven New Jersey. Sechzehn Woodstock Tampa. Siebzehn Wolfi Florida. Achtzehn Minnesota Guzzi Buffalo. Neunzehn PCS Columbus. Zwanzig Minnesota Guzzi New York Rangers. Einundzwanzig Reto Colorado. Zweiundzwanzig Rolly Pittsburgh. Dreieundzwanzig Wolfi Washington. Vierundzwanzig Jochen Philadelphia. Fünfundzwanzig SV Elversberg Anaheim. Sechundzwanzig PCS Calgary. Siebenundzwanzig Rooster Minnesota. Achtundzwanzig Doktorero Chicago. 29 Woodstock Boston. Und 30 Sina Detroit. Ich sehe Live Publikum. Grüß dich Daniel. Wir sind eben an der ersten Box des heutigen letzten Breakabends. Full Force steht an. Dann gibt es Fleer Showcase 1415 und SP Authentic. Falls du die Teams nicht mitbekommen hast. Ich sag dir schnell deine beiden Teams für Full Force. Tampa und Boston. Tampa und Boston. So. Es geht los mit Full Force. Ja, könnte schlimmer sein. Definitiv. Könnte definitiv schlimmer sein. So. Wir starten mit einer Blueprint Insert für die LA Kings. Marcel Dion. Blueprint Insert für die Detroit Red Wings. Jimmy Howard. Blueprint Insert für die Philadelphia Flyers Sean Couturier. Couturier. Wir haben eine Immediate Impact Insert für die Arizona Coyotes. Max Domi. Max Domi. Goal Insert für die Edmonton Oilers Wayne Gretzky. Wayne Gretzky. Immediate Impact Insert für die Boston Bruins. Malcolm Saban. Boston Bruins. Here we go Daniel. Ich sehe auch Wolfi live. Hallo Wolfi. Reges Live Publikum. Das macht Spass. Und wir haben eine Goal Insert für die Washington Capitals. Da kommt Wolfi gerade richtig. Evgeny Kuznetsov. Wolfi, wir sind bei Full Force. Deine beiden Teams, Florida und die Caps. Wir haben eine Colder Competitors Insert für die Vancouver Canucks. Jake Vertanen. Jake Vertanen. Was haben wir nicht? Ice Encounters Insert für die Toronto Maple Leafs. Dion Fanef. Blueprint Insert für die Detroit Red Wings. Dylan Larkin. Larkin. Rising Force Insert für die Florida Panthers. Alexander Barkov. Barkov. Rising Force Alexander Barkov. Base. Wir haben eine Draft Board Insert für die St. Louis Blues. Vladimir Taraschenko. Welcome to the Taraschenko. Blueprint Insert für die Edmonton Oilers Taylor Hall. Co-Petard Base. Boah, die dürfte sicher dabei sein. Sonst habe ich sie irgendwo aus den letzten Breaks. Kein Problem. Aber ich lege sie schon mal raus, wenn sie hier wäre. Nein. Kommt vielleicht noch. So oder so. Ich lege sie dazu. Wir haben eine Thermal Dreads für die L.A. Kings Wayne Gretzky. Blueprint Insert für die Anaheim Ducks. Frederick Andersen. Kretzky Box, ja. Wenn jetzt noch eine Unterschrift kommt, dann wäre das ja gewaltig. Wir haben eine Rising Force auf 9,99 für die Vancouver Canucks, Jake Wirtanen. Und schließen Full Force mit einer Full Force Freshman 3D Rookie Card für die Calgary Flames. Sam Bennett. Die hier. Also, die hier sind Neueingänge Personal Collection. Und die hinteren drei Reihen sind Karten, die noch darauf warten, sortiert zu werden in die verschiedenen Kisten. Ja, das ist alles Personal Collection, so ein paar Hillers. Hiller, 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 Hiller. Boah. Boah. Ein paar Hiller. Nee, nee. Die hinten sind nicht von einer Woche. Und die Personal Collection auch nicht. Das sind einfach Karten, die ich an meine Zweigstelle in Hawaii schicken kann. Und dann erhalte ich so alle zwei, drei Monate ein grosses Paket mit Hunderten von Karten. Und ja, braucht man dann einfach noch ein bisschen Zeit. Und da ja der kleine Julian im Moment die Mehrheit der Zeit verdient, geht das alles nicht so schnell. Aber kein Problem. Okay. Gut. Das war Full Force. Daniel, die Kopitar lege ich dazu. War jetzt hier nicht drin, aber ich sehe hier gerade noch ein Full Force Stapel und da ist sie schon. Anze Kopitar für dich dabei. Also, wir machen weiter mit Fleer Showcase 1415. Kommen zum Random der Spots. 1x. 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 2x. 3x. So. Hier kurz. Bestätigung, dass sich da was geändert hat. 1 SV Elversberg. 2 Sina. 2x. 3x. 3x. 4x. 4x. 1x. 5x. 5x. 6x. 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 7x. 7x. Minnesota Guzzi. 8x. 9x. 10x. 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 11x. 10x. 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 und 24 Doktorero, 25 Jochen, 26 und 27 PCI's, 28 Mimo9, 29 Rolli und 30 der Minnesota Gucci. Die MAC ist online, grüß dich Dario, du kommst gerade richtig zum zweiten Break des heutigen Abends, Fleer Showcase 14.15 steht an und wir losen gleich die Teams zu den Spots. Eins, zwei, drei. Wir haben SV Elversberg auf eins mit Nashville. Zwei, Sina, New Jersey. Drei, PCI's Philadelphia. Vier, Shands Eleven Carolina. Fünf, D-Mac, Florida. Sechs, Rolli, St. Louis. Sieben, Minnesota Gucci, Tampa. Acht, PCI's Chicago. Neun, Wolfi, Anaheim. Zehn, Reto, Colorado. Elf, Rooster, Rangers. Zwölf, PTS, LA. Dreizehn, Jochen, San Jose. Vierzehn, Rooster, Boston. Fünfzehn, Wolfi, Minnesota. Sechzehn, Woodstock, Ottawa. Siebzehn, NHL Collector, Winnipeg. Achtzehn, Amdu, Arizona. Neunzehn, Woodstock, Montreal. Zwanzig, Mortinio, Achtzehn, Columbus. Einundzwanzig, Reto, Edmonton. Zweiundzwanzig, PCI's Buffalo. Dreiundzwanzig, Doktorero, Detroit. Vierundzwanzig, Doktorero, Calgary. Fünfundzwanzig, Jochen, Toronto. Sechundzwanzig, PCI's Vancouver. Siebenundzwanzig, PCI's Pittsburgh. Achtundzwanzig, Mimo mit den Islanders. Neunundzwanzig, Rolli mit Washington. Und dreißig, Termine Sotaguzzi mit Dallas. Fleer Showcase, vierzehn, fünfzehn. Here we go. Und dreißig. Erste pack, Patch. Da warten wir natürlich zu. Und starten mit einer Skybox Premium auf 2,99 für die LA Kings. Wayne Gretzky. Der scheint heute überall zu sein. Wir haben eine Flair Showcase. Rookie Card für die New York Islanders. Griffin Reinhardt. Flair Showcase. Griffin Reinhardt. Wir haben eine Metal Universe, Precious Metal Gems, Emerald für die Buffalo Sabers. Sam Reinhardt. Precious Metal Gems, Emerald, Sam Reinhardt auf 10. Genau. Nice box. Nice box. Wir haben eine Flair Showcase. Rookie Jersey Card. Für die New Jersey Devils. Damon Severson. Daimon Severson. Metal Universe für die Anaheim Docs. Ryan Getslaff. Und wir haben eine Hot Prospects Trios auf 3,99 für die Calgary Flames. Kenny Agostino, Michael Furland und Bryce Van Brabant. Hot Prospects Trio Rookie Card. Wir haben eine Flair Showcase. Blue Ice Parallel auf 99 für die New Jersey Devils. Corey Schneider. Corey Schneider. Metal Universe für die Detroit Red Wings. Pavel Dazuk. Pasha. Metal Universe für die Vancouver Canucks Bow Horwath. Metal Universe für die Tampa Bay Lightning Wladislav Namestnikov. Flair Showcase für die Montreal Canadiens. Alex Galgeniak. Flair Showcase für die Arizona Coyotes. Shane Doan. Skybox Premium auf 2,99 für die Edmonton Oilers. Jordan Eberle. Jordan Eberle. Patch Nummer 2. Patch Nummer 2. First für die New York Rangers Anthony Duclaire. So. Wir sind bei den Patches. Wir haben eine Hot Prospects Rookie Patch and Autograph. Limitiert auf 375. Und wir haben einen zweiten Hot Prospects Rookie Patch and Autograph. Autograph Short Print für die Nashville Predators Colton Sissons. Short Print auf 175. Und wir haben einen zweiten Hot Prospects Rookie Autographed Patch Colton Sissons. Die Box war wiederum toll. Da gibt es zu sagen, ich habe noch selten eine schlechte Flair Showcase Box gesehen. Ein Produkt, das aus meiner Sicht leicht unterbewertet ist. Muss man auch mal sagen. Es gibt so viele, die überbewertet sind. Wenn mal eins unterbewertet ist, darf man das sagen. So. Wir sind bei SP Authentic. Mal sehen, was da noch geht. Der Random steht an. Und wir legen los mit den Spots. Drei Mal. Wenn es denn funktioniert. Ein Mal. Ja. Zwei Mal. Drei Mal. Here we go. Eins Mimo Neun. Zwei Doktorero. Drei Wolfi. Vier Petis. Fünf Rooster. Sechs Rolli. Sieben der NHL Collector. Acht PCS. Neun Woodstock. Und zehn PCS. Elf Doktorero. Zwölf der Minnesota Gucci. Dann haben wir auf 13 PCS. Vierzehn Jochen. Fünfzehn Martino. Achtzehn. Dann haben wir auf 16 und 17 PCS. Achtzehn Reto. Neunzehn Sina. Und zwanzig Woodstock. Einundzwanzig Andu. Zweiundzwanzig Rolli. Dreiundzwanzig Minnesota Gucci. Vierundzwanzig Jochen. Fünfundzwanzig Rooster. Sechsundzwanzig Reto. Siebenundzwanzig Dimec. Achtundzwanzig SV Elversterk. Neunundzwanzig Wolfi. Und dreißig Shands Eleven. Wir sind bei den Teams. Einmal. Zweimal. Und das dritte Mal. Voilà. Mimo 9 auf 1 mit Boston. Zwei Doktorero Carolina. Drei Wolfi L.A. Vier PTS Philadelphia. Fünf Rooster Chicago. Sechs Rolli Rangers. Sieben NHL Collector St. Louis. Acht PTS Toronto. Neun Woodstock Vancouver. Zehn PCS Edmonton. Elf. Doktorero Anaheim. Zwölf. Minnesota Goosey Florida. Dreizehn PCS San Jose. Vierzehn Jochen Columbus. Fünfzehn Martino mit Ottawa. Sechzehn PCS Washington. Siebzehn PCS New Jersey. Achtzehn. Reto Islanders. Neunzehn Sina Winnipeg. Zwanzig Woodstock Buffalo. Zwanzig Andu Dallas. Zwanzig Rolly Arizona. Zwanzig Minnesota Goosey Calgary. Zwanzig Jochen Detroit. Zwanzig Rooster Tampa. Zwanzig Reto Pittsburgh. Zwanzig D-Mac Minnesota. Sota 28 SV Elversberg Colorado. Zwanzig Wolfi Montreal. Und zwanzig Shands mit Nashville. SPA Authentic. Vierzehn. Fünfzehn. Die letzte Box des diesjährigen Easter Brakes. Zwölf Boxen waren es insgesamt. Hier kommt die letzte davon. Und wir starten mit einer SP Retro Insert für die Calgary Flames. Sean Monaghan. Sean Monaghan. SP Retro. Patch. Wir haben eine Upper Deck Young Guns Update für die Winnipeg Jets. Julien Bruyette. Young Guns Update. Wir haben eine Future Watch Rookie Card für die Colorado Avalanche. Andrew Agotino. Agotino. Andrew Agotino. Who the hell is Andrew Agotino? Wir haben eine SP Retro Insert für die Washington Capitals. Olaf Koltik. Oli the Golly. Wir haben eine Upper Deck Series 2 Update für die Chicago Blackhawks Brandon Saad. SP Retro Insert für die San Jose Shark. Logan Couture. Wir haben eine Modern Moments Insert für die L.A. Kings. Jonathan Quig und Anze Kopitar. Modern Moments Insert. Future Watch Autograph. F9,990 für die Buffalo Saber's Nicola Delorier. Nicola Delorier. Future Watch Autograph. F9,990 für die Edmonton Oilers Brandon Davidson. Future Watch Autograph. Future Watch Autograph. F9,990 für die Winnipeg Jets Adam Lowry. Adam Lowry. Wir haben eine SP Retro Premier Prospects für die Buffalo Sabers. Sam Reinhardt. Sam Reinhardt. Modern Moments Insert für die L.A. Kings. Justin Williams. Justin Williams. Wir haben eine Serie 2 Update für die Winnipeg Jets. Michael Hutchinson. Michael Hutchinson. Modern Moments Insert für die Tampa Bay Lightning. Jonathan Drouin. Jonathan Drouin. We haben eine SP Retro Insert für die St. Louis Blues Paul Stassny. Und eine All Time Moments Insert für die New York Rangers. John Van Beesbroek. Future Watch Rookie Card für die Pittsburgh Penguins. F9,990 Brian Rust. Wir haben eine SP Retro Insert für die Detroit Red Wings Chris Jellios. Und eine Future Watch Rookie Card für die 9,990 für die Calgary Flames Bill Arnold. Wir haben eine Modern Moments Insert. Es gibt ein Random zwischen den Colorado Avalanche und den Detroit Red Wings. Dominik Haschek und Peter Forsberg. Und wir haben eine Series 2 Update für die New York Rangers. Keith Yandel. Und da wäre noch der Patch. Wir haben eine Future Watch Autographed Patch Version 3 Color Nummer 9 von 100 Autographed Rookie Patch für die Columbus Blue Jackets Kirby Reichel. Kirby Reichel. Nette Karte. Zum Abschluss. Wir sind beim Random der Modern Moments. Sorry Haschek Forsberg. Und dann beim Random der Verlosung der 10 Promocards. Also. Dann geht's mal zuerst los mit dem Random hier. Zwischen den Red Wings und den Fs. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Modern Moments. Modern Moments Haschek Forsberg geht an die Detroit Red Wings. So. Und jetzt noch die Schlussverlosung. Ich hab's gesagt. Wir haben 10 Karten. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alles Promocards nicht erhältlich in irgendwelchen Boxen. Es läuft so. Wir haben den Randomizer über alle Spots. Die Spots 1 bis 10 nach 3 mal Randomized sind gewinnberechtigt. Und zwar wie folgt. Wir haben für den Spots 1 eine Priority Signings Austin Watson. Wir haben für den Spots 2 eine Priority Signings Brad Beuys. Wir haben für den Spots 3, 4, 5 und 6 eine Leaf Promocard Jack Eickel. Dann haben wir für den Spots 7 eine Team Colors von der National Convention Alex Ovechkin. Für den Spots 8 eine Father's Day Promotion Card Steven Stemkos. Und für die Spots 9 und 10 eine Beckett Hockey Promo Conor McDavid. Morgen der Decades Break ich denke irgendwo so halb 9, 9, spätestens halb 10. Sind ja nur 5 Boxen. Okay. Wir gehen zur Verlosung der 10 Karten. Here we go. So. Die Spots sind ready. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Wir fangen auf 10 an. Dann. Backett Hockey Promotion. Backett Hockey Promotion geht an PCIS. Backett Hockey Promotion geht an Reto. Dann Stemkos Father's Day Insert an DMAC. Team Colors Ovechkin on PCIS. Jack Eickel Leaf Promo on Andu. Jack Eickel Leaf Promo on Minnesota Guzzi. Jack Eickel Leaf Promo on Martino 18. Und Jack Eickel Leaf Promo on Chance Eleven. Wir haben eine Brad Beuys Priority Signings geht an Jochen. Und die Austin Watson Priority Signing geht an Rooster. Damit alles seine Richtigkeit hat. Hier die Top 10. mit Rooster als Gewinner. So. Das war's vom Easter Break. Ich bedanke mich nochmal bei allen fürs Mitmachen. Es hat wieder extrem Spass gemacht. Wie gesagt, morgen sind wir bereits wieder da mit dem 5 Box Draft von In The Game Decades. Dann werden wir schauen, gibt's sicher bald wieder mal einen Mix. bevor's dann nächsten Mittwoch nach Toronto geht an die Spring Expo. Und da werden wir sicher auch die eine oder andere Karte mit nach Hause bringen. So. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag Abend. Morgen einen guten Start Back in Business. Bis bald. Macht's gut. Dankeschön. Und Tschüss zusammen. G missed. Damit ihr gesangt weiter.